Playsample! 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 Wie oft soll ich das denn sagen? Playsample, ne? Playsample! Ich bin Lämmer und Latte trinken, alter. Wie sieht man den Adopter? Morgene Latte oder was? Sag mal, was gucken wir da eigentlich wieder im Fernsehen? Teletubbies. Magst du Teletubbies? Na klar mag ich Teletubbies. Na gut, wer mag die auch nicht mit dem Fernseher an der Antenne? Haben sie alles im Gebrauch zum Leben. Weißt du, was man mit Minecraft eigentlich machen kann? Jetzt ist ja bald wieder Weihnachtszeit. Man könnte schon sagen, jetzt ist ja bald wieder Weihnachtszeit. Und zwar gibt es eine Schere. Und weißt du, was du mit dieser Schere machen kannst? Nein. Nimm die mal. Guck mal. Ich platziere jetzt hier im Haus. Ja, ich weiß, im Haus sollte man eigentlich keinen Schneemann platzieren. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Nein, Schneemann. Wow. Läuft ihn doch hinterher. Ach so, das habe ich nicht gesagt. So, jetzt laufe ich den hinterher. Und was mache ich dann? Äh, drücke einmal AT. Und dann? Das war RT. Aber okay. Genau. Okay. Ich habe nicht ge... ja. Jetzt habe ich abgeschnippelt. Wie heißt er denn? Der heißt äh... Das ist äh... Von der Schildprinzessin. Olaf heißt er, aber egal. Olaf! Ja, Olaf! Ich klang auf den Namen nicht. Olaf, ey. Altes Haus. Olaf komm, wir gehen zusammen... Komm, wir machen was, Olaf. Wir machen was, Olaf. Wir machen uns eine heiße Schokolade. Komm, Olaf. Das tut dir ganz gut. Komm, heiße Schokolade. Ist geil. Der hat sich gerade eigentlich geraucht. Hab ich gesehen. In der Ecke. Hä? Das ist ja ein gepaff. Dacht er sich. Guck mal. Der macht... Der tanzt. Das ist alles toll. Olaf komm, wir tanzen. Ich kann sogar richtig tanzen. Angeber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.